Meine werten gräflichen Freunde, hallo! Ich wollte euch nur sagen, dass am 15.8. der nächste Stream ist und zwar... Es war mein Geburtstag! Was? Wer hat das gesagt? War's das etwa? Du, Oma! Nein, ich verarsche euch nur, da ist keiner. So, wie immer. Und zwar am 15.8., ich denke um 16 Uhr, ich weiß es noch nicht, gestreamt wird diesmal auf YouTube. Das ist auch, kann auch mit was gesagt werden. Wenn da von euch Leute schon mal einen Stream auf YouTube gesehen haben und das absolut nicht funktioniert hat, dann sagt mir das bitte. Ja, das ist besser, wenn ich gerade mal klick. Okay, alles klar. Wenn da irgendwie was nicht läuft, dann habe ich ja nicht wirklich Lust an meinem Geburtstag an der Technikprobleme zu machen, sondern ich will einfach jetzt anmachen und... Stream! Der Stream läuft! Stream! Stream! Inzwischen in der großen Krabbe! Stream Ende! Okay, ja. So ungefähr. Das will ich machen, 8 Stunden lang. Nein, und zwar stream ich da mit meinem besten Kumpel Jan. An meinem Geburtstag, äh, was spielen wir denn? Wir spielen wahrscheinlich Worms. Einfach mal auf meinem Channel Worms eingeben, da kommt ein Video raus. Das habe ich bereits mit Jan gespielt, das ist der, der da mit im Hintergrund mit mir quasselt. Ansonsten spielen wir noch Rainbow Six Vegas 2, bin ich mir ganz sicher. Gibt es auch ein Video von. Einfach mal Rainbow Six Vegas 2 auf meinem Channel eingeben. Oder schaut euch das bloß nicht nachts an in der YouTube-Suche. Da kommt auch ein Video raus, das ist auch mit Jan und mir. Ja. Äh, ansonsten gibt es noch die Sims 2, werden wir auch bestimmt, äh, spielen an dem Abend. Und Tekken Bowling! Tekken Bow- Ja. Ich bin hier schon fast angezogen. Get ready! Hi! Okay. Haha. Witzig. Bitch! Okay, tschuldigung. Ja. Alles klar. Ne, ich habe mir hier in den Finger gestochen und zwar nicht ich, eigentlich eher was anderes. Und zwar so tief, dass ich meinen Knochen sehen konnte. Das war aber Heia Safari, das können Sie mir glauben. Ja. Äh, auf jeden Fall, auf jeden Fall, ähm, 15.08, 16 Uhr, denke ich fängt es an, vielleicht auch 2 Uhr, vielleicht 6 Uhr. Aber orientieren wir uns mal an 16 Uhr, wenn ich nichts weiteres sage, wird es 16 Uhr sein. Auf YouTube, das heißt, ihr braucht auch alle keine Accounts zu machen. Ich werde nur ein paar technische Probleme haben, denn ich weiß nicht, wie ich den Chat ins Video reinkriegen will. Und ich möchte den ganz gerne in Stream drin haben, damit man, wenn man den Stream nachsieht, auch sehen kann, was in dem Moment geschrieben worden ist. Äh, ja. Aber das ist nicht eure Sorge, das ist meine Sorge. Und ansonsten, wenn ihr... Das war jetzt keine gute Überleitung, aber ich wollte nochmal das ganze Let's Play Kanal gedönse aufklären. Und zwar hier kommen jetzt wirklich nur Comedy-Sachen. Das heißt, es zielt auch wirklich auf normale Comedy. Im Moment ist es noch Gaming-Comedy, weil ich den Sprung noch nicht wirklich geschafft habe. Und noch nicht zu viele Ideen um... Eigentlich auch gar keine Ideen umgesetzt habe, um in Richtung Comedy zu gehen. Das heißt, ich werde mich hier wirklich nur darauf konzentrieren, euch zum Lachen zu bringen. Ich hoffe, das funktioniert. Ne? So, wie es das bis jetzt getan hat. Und auf dem anderen Kanal werde ich Let's Plays machen. So, wie ich die schon immer gemacht habe. Ich setze mich an. Spiel, spiele das 15 Minuten, schneide das in Part und lade das hoch. Und ihr könnt das sehen. Umgeschnitten. Ist das nicht toll? Und das sind Let's Plays. Das, was ich hier mache, ist Comedy. Wenn es fertig ist. Deswegen kommt auch nur jede Woche irgendwie was. Ich werde das steigern auf alle zwei Tage. Aber dafür muss ich mich echt hinterklemmen. Und ich arbeite dran. Ich arbeite dran, mich dahinter zu klemmen. Das klingt so bescheuert, wie es wahr ist. Ja. Auf jeden Fall. Ich hoffe, das hat euch ein paar Sachen erklärt, wie das jetzt laufen wird. Denn viele scheinen das nicht ganz verstanden zu haben. Viele vermissen auch die Simsbrechen aus. Entschuldigung. Ich wollte nur meinen fristfreien Lauf lassen. Das geht auf dem Let's Play Kanal weiter. Habe ich aber auch mal ganz fett gesagt. In dem letzten Video, was von den Simsbrechen aus hochgeladen wird, habe ich gesagt, wenn du das hier sehen willst, dann geh auf den Let's Play Kanal. Klick auf den Bildschirm oder in die Beschreibung. Denn da führen wir das jetzt weiter. Aber das hat noch nicht ganz gereicht. Aber hey, die Leute wussten vielleicht nicht so viel, wie ich es wusste. Denn ich weiß ja, was ich mache. Horfel. Ach, vielleicht nicht. Ähm, ja. Auf jeden Fall noch mein Kurzformat. 15.8. Geburtstagstream mit dem Jan. Spielen wir vier verschiedene Spiele. Wenn nicht noch andere. Vielleicht finden wir irgendwie was Spontanes noch. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Und, äh, Let's Play Kanal. Einfach auf meinen Kanal gehen. Und dann, äh, steht auf der rechten Seite der Graf LP. Das hier, der Kanal ist jetzt der Graf. Ja, für Comedy. Und der andere ist für Let's Play. Deswegen der Graf LP. LP steht für Let's Play. Wenn du das noch nicht gewusst hast. Ich denke, damit ist alles aufgeklärt. Wie gesagt. 15.8. 16 Uhr. Auf YouTube. Stream. Wir werden's sehen. Und ich hoffe, ihr seid dabei. Ich hoffe, ihr seid so cool, wie ihr es jetzt seid. Ich hoffe, du bist so hübsch, wie du es jetzt bist. Natürlich bist du das. Die Frage ist eher, bin ich nicht so hässlich, wie ich es jetzt gerade bin? Ich weiß es nicht. Da hinten liegt noch meine Jacke. Ich bin gerade erst von der Arbeit gekommen. Ja, ich wollte eigentlich um zwei wieder hier sein. Aber nicht um drei hier gewesen. So wie immer. So wie immer. Meine lieben Freunde. Wir sehen uns. Ich spiele weiter Tekken mit meinen Bandagen. Das heißt, ich stehe vor der Wand und boxe dagegen und schrei Au. Und dann blutet das wieder. Und dann verbringe ich den Abend im Kranken... Nein. Alles gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Und bleibt geschmeidig. So wie immer. 15.8. 16 Uhr. Ich sage das Ganze viel zu oft. Und ciao. Vielleicht. Oder sau. Verdammt. Ich glaube, ich muss aufs Klo. Oops. Also können wir überall. Ich bin auf. Ich bin auf. Ich bin auf. Untertitelung des ZDF, 2020